Ela K. liest für Euch Harry Potter Fan Fictions. Viel Spaß! The Courtship of Harry Potter Eine Fan Fiction, geschrieben von Diana Williams. Im Original veröffentlicht auf Archive of Our Own, die Übersetzung von mir auf fanfiction.de Die Links zu dieser Fan Fiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Anmerkung der Autorin Herausforderung Diese Geschichte basiert auf einer Herausforderung von Dark Lady, nämlich Angenommen, es wäre in der Zaubererkultur üblich, dass ein junger Mann einen älteren Mann zum Liebhaber, Mentor nimmt. Dazu kommt ein auffälliger und böswilliger Rivale und Snapes Machenschaften, um sicherzustellen, dass er Harrys Wahl ist. Extra Vorgabe Eine klare Phase und ein Ritual für die Werbung, wobei der Rivale reibungslos zurechtkommt, Während Snapes Gesten alle wirkungslos zu sein scheinen. Natürlich ist unser Harry ein besserer Menschenkenner als das. Zusätzliche Anmerkungen Diese Geschichte wurde während der großen Pause geschrieben, also bevor wir Bestätigungen über Lillys Haus, Snapes Abstammung, ihre Freundschaft, Sirius Tod und eine Reihe anderer Dinge hatten. Man kann dies also als Abweichung vom Kanon kurz vor dem Orden des Phönix betrachten. Disclaimer Alle Rechte an den bekannten Personen und Orten etc. liegen bei J.K.R., die Story gehört Diana Williams. The Courtship of Harry Potter Kapitel 1 Ankündigungen Nun, Severus, ich nehme an, Sie haben schon lange auf den Beginn dieses Semesters gewartet. Nicht wahr? Snape blickte stirnrunzelnd von seinem Papierstapel auf. Sein Blick fiel auf die einzige andere Person im Lehrerzimmer, obwohl er jeden anderen lieber gesehen hätte. Auch den berühmten Harry Potter. Der aktuelle Lehrer für VGDDK lehnte im Türrahmen und grinste auf diese entsetzliche »Wir wissen etwas, was sonst niemand weiß« Art, die Snape dazu brachte, ihn am liebsten bis zur nächsten Woche verhexen zu wollen. Nur das Wissen, dass Albus Dumbledore erzürnt wäre, wenn er das täte, hielt seine juckenden Finger davon ab, nach seinem Zauberstab zu greifen. Maximilian Max für meine Freunde Spindley Worm hatte die zweifelhafte Ehre, der einzige Lehrer für VGDDK in der jüngeren Geschichte zu sein, der sein erstes Jahr in dieser Position überlebt hatte und für ein zweites zurückkehrte. Er war außerdem, Snapes Meinung nach, kaum kompetenter als Lockhart und beinahe genauso eingebildet. Und es war ein Wunder, dass er es nicht geschafft hatte, sich selbst oder einen seiner Schüler zu töten. Noch nicht. Aber wenn er weiterhin so teuflisch grinste, könnte Snape dieses Problem vielleicht für ihn lösen. »Wovon redest du, Worm?«, fragte er, verärgert, weil er von seiner Arbeit abgelenkt wurde. Er hatte vorgehabt, diese letzten Aufsätze fertigzustellen, bevor die Lehrer aus den Weihnachtsferien zurückkamen, und das verlassene Lehrerzimmer schien der ideale Ort dafür zu sein. Aber wenn der Verteidigungslehrer herumlungern und quatschen wollte, dachte er, wäre es besser, wenn er in die Kerker zurückkehrte. »Es ist Max«, erinnerte ihn der Verteidigungslehrer vorwurfsvoll und kam weiter in den Raum. »Und der junge Malfoy ist im siebten Jahr, richtig?« »Ja«, sagte Snape und genoss den Gedanken einen langen Moment lang. Dies war das letzte Jahr, in dem er Malfoy, Potter, Granger und den Weasley-Jungen unterrichten musste. Noch sechs Monate und sie würden weg sein. Noch ein Jahr danach und der letzte Weasley wäre ihm aus dem Weg. Zumindest bis die jüngere Generation anfing, sich vorzupflanzen. Angesichts der Art, wie Granger und der Weasley-Junge sich ansahen, würde das nicht mehr lange dauern. »Und du hast vor, ihm den Hof zu machen, nicht wahr, alter Junge?« Snape blinzelte ihn an. »Wie bitte?« Max lächelte einnehmend. »Ich will natürlich nicht neugierig sein, aber wir haben alle angenommen.« Als Snapes Gesichtsausdruck weiterhin verwirrt war, wurde Max' Lächeln breiter. »Beim Jupiter? Sie haben nicht die leiseste Ahnung, was ich meinen, oder?« Snape sah ihn verärgert an und fauchte. »Normalerweise tue ich das nicht, und ich möchte auch nicht aufgeklärt werden. Falls es ihrer begrenzten Intelligenz entgangen ist, ich bin im Moment beschäftigt.« Max ignorierte ihn und setzte sich Ritlins auf einen Stuhl gegenüber von Snape. »Die Erastis-Riten-Mann! Sag mir nicht, dass du sie vergessen hast!« Snape schloss die Augen. Er hatte die Tradition absichtlich vergessen. Sie rief gewisse, unangenehme Erinnerungen in ihm wach, die er lieber begraben lassen würde. Geistesabwesend rieb er sich den linken Arm. Zumindest so lange es ihm erlaubt war. »Nicht überraschend, nehme ich an. Schließlich gibt es hier so wenige von unserem gesellschaftlichen Stand. Anders als in Borbaton!« »Ach!« Max seufzte und klang dabei entschieden nostalgisch, und Snape überlegte, sich zu übergeben. Aufs Bindley Worm, wenn das irgendwie möglich war. »Und wenn uns der alte Buddy Crouch nichts anderes beigebracht hat, dann war es die Torheit, jemanden außerhalb unserer Klasse aufzunehmen. Ich habe gehört, dass sich dieser Junge bei der Beerdigung tatsächlich auf das Grab geworfen, geweint und sich die Haare ausgerissen hat.« Er schauderte leicht. »Das beweist, dass die Familie Weasley zwar alt sein mag, aber definitiv nicht zu uns gehört.« »Nein«, sagte Snape geistesabwesend. »Nicht, dass Sie sich wegen übertriebener Emotionalität gegenüber dem jungen Malfoy Sorgen machen müssten,« sagte Max Forsch. »Ich wette, dieser junge Mann ist so erzogen worden, dass er seinen Platz kennt.« »Ja«, sagte Snape, immer noch in Gedanken versunken. Dann schüttelte er sich und starrte den Verteidigungslehrer wütend an. »Ich weiß nicht, welches Interesse Sie an meinem Privatleben haben könnten. Oder liegt es daran, dass Sie Draco nachstellen wollen?« Max lachte und gab ihm einen kräftigen Klaps auf die Schulter, wobei er Snape beinahe mit dem Gesicht voran auf den Tisch warf. »Verdammt, nein, dein Weg ist frei, alter Mann!« sagte er und zwinkerte Snape zu. »Ich habe ein anderes Spiel im Sinn.« Snape blinzelte und überflog in Gedanken rasch die Liste der Siebtklässler, um herauszufinden, wer aus diesem Jahrgang die Aufmerksamkeit des anderen erregt haben könnte. »Keiner der Slytherin-Jungen.« Mit Ausnahme von Draco Malfoy war kein einziger anständig aussehender, intelligenter Junge dabei, obwohl der Not-Junge ganz passabel aussah. Gryffindor. Da war alles ein Reinfall, alles Halbblüter oder Mittelklasse. Es gab einen Ravenclaw-Jungen und zwei Hufflepuffs, aber er hielt sie kaum für Worms-Typ. Die Familie Antwistle war schließlich nicht einmal 500 Jahre alt. Trotz Snapes persönlicher Meinung über den Mann war die Familie Worm fast so alt wie die Snapes, Malfoys und Dumbledores, und er konnte sich nicht vorstellen, dass Max sich mit einer der neueren Zaubererfamilien zufrieden geben würde. Nicht, wenn nicht etwas für ihn rausspringen würde. »Der junge Potter natürlich!« sagte Max ungeduldig, als Snape nicht schnell genug antwortete. »Potter?« rief Snape. »Haben Sie völlig den Verstand verloren?« »Ganz im Gegenteil!« sagte Max und zwinkerte Snape zu. »Ich nehme an, er wird der Begehrteste sein, wenn er die Schule verlässt, und ich habe vor, ihn schon vorher für mich zu beanspruchen.« Er zog eine Augenbraue hoch. »Erzählen Sie mir nicht, dass Sie in diesem Bereich Ambitionen haben!« »Seien Sie nicht so schwachsinnig!« schnaubte Snape. »Ich kann den kleinen Rotzlöffel kaum ertragen!« »Na dann!« sagte Max und lehnte sich mit zufriedener Miene zurück, als wäre die Angelegenheit mit dem Jungen bereits geklärt. »Sie verstehen das nicht!« sagte Snape ungeduldig. »Der Junge ist von Muggeln aufgezogen worden. Er wird nicht die geringste Ahnung haben, was Sie vorschlagen. Und wenn er eine Ahnung hätte, wäre er wahrscheinlich angewidert.« Max winkte ab. »Er ist ein Potter, alter Junge. Auf lange Sicht wird das Blut siegen.« »Bei seinem Vater war das nicht der Fall,« erwiderte Snape. »Der Mann heiratete direkt nach der Schule eine Muggel geborene Hexe. Was noch etwas ist. Trotz dessen Namens Potter ist Harry kein Reinblüter.« Max zuckte mit den Schultern. »In seinem Fall bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen.« Er warf Snape einen anzüglichen Blick zu. »Sollen wir wetten, wer von uns zuerst unseren Jungen bekommt?« »Seien Sie nicht obszön,« fauchte Snape. Max stand auf und streckte sich. »Fängst du an bürgerliche Moralvorstellungen zu entwickeln, Severus? Klingt, als ob du mit den falschen Leuten verkehrt hättest. Der junge Draco sollte genau der Richtige sein, um sich wieder auf die Beine zu bringen.« Er zwinkerte Snape zu. »Ich werde dich wissen lassen, wie meine Fortschritte mit dem Potter-Jungen sind, oder?« Max ging stolzen Schrittes auf die Tür zu, und nur Snapes Versprechen gegenüber Dumbledore hielt ihn davon ab, einen Fluch auf die entschwindende Gestalt zu werfen. Stattdessen fluchte er laut und in drei Sprachen, während sein Verstand verzweifelt versuchte, eine Lösung für diese neue Bedrohung für den Potter-Jungen zu finden. »Dumbledore«, dachte er, »natürlich!« Albus wäre der einzige, der verhindern konnte, dass der Wurm den Jungen in die Finger bekommt. Ende Kapitel 1 Ich fürchte, ich kann nichts tun, Severus! Snape starrte Dumbledore an, sprachlos über die Aussage des Schulleiters. »Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, Albus? Dieser, dieser schleimige Wurm hat vor Harry Potter zu verführen!« »Spindley Wurm«, sagte Dumbledore geistesabwesend, »und ich verstehe vollkommen, was du gesagt hast. Maximilian beabsichtigt, den Traditionen von Tererstes zu folgen und dem jungen Harry den Hof zu machen. Möchten Sie noch etwas Tee, Severus?« »Nein, das möchte ich nicht«, sagte Snape irritiert. »Ich würde gern wissen, was du dagegen unternehmen wirst.« »Was soll ich deiner Meinung nach dagegen tun?«, fragte Dumbledore und füllte Snapes Teetasse trotzdem nach. »Halt ihn auf!« Snapes Worte waren so abgehakt, dass sie kaum über seine Zähne hinauskamen. »Das kann ich nicht«, sagte Dumbledore einfach. »Die Erastes-Riten sind älter als Hogwarts, die verwurzelt in unseren ältesten Zauberergemeinschaften und eine vom Ministerium selbst genehmigte Tradition.« »Tradition«, schnaubte Snape. »Sanktionierte Pädophilie, meinen Sie?«, Dumbledore hob eine Augenbraue. »Päderastie, was kaum dasselbe ist. Ich selbst war Eromenos und blicke mit großer Zuneigung auf die Zeit zurück, die ich mit meinem Erastes verbracht habe. Er hat mir viele Dinge beigebracht, und die meisten davon fanden nicht im Schlafzimmer statt. Wir blieben danach viele, viele Jahre lang Freunde. Ich bezweifle, dass ich ohne seinen Einfluss der Zauberer wäre, der ich heute bin.« »Einige von uns hatten nicht so viel Glück.« Dumbledore musste etwas in seinem Gesicht gesehen haben, denn sein Blick wurde sanfter, und er streckte die Hand nach ihm aus. »Severus«, Snape winkte seine Besorgnis ab, »ich hatte die Wahl, Albus. Die Tatsache, dass ich die Falsche getroffen habe, ist nebensächlich. »Potter muss auch eine Wahl haben, und das wird er nicht, solange ihm der Wurm im Nacken sitzt.« Dumbledore lehnte sich in seinem Stuhl zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Ich könnte Max bitten, zu warten, bis Harry mit der Schule fertig ist, damit er eine größere Auswahl an Kandidaten hat.« Snape war erleichtert. »Ihr?« »Natürlich wäre er auch unseren wachsamen Augen entzogen, und wer weiß, was für unerwünschte Freundschaften er schließen würde. Ist es nicht besser, ihn hier zu haben, wo wir ein Auge auf ihn haben und sicherstellen können, dass niemand zu viel von ihm erwartet oder ihn unter Druck setzt, etwas zu akzeptieren?« Snape konnte Dumbledores wissende Augen auf sich spüren und knurrte. »Potter ist nicht ich, Albus.« »Du hast recht. Harry ist viel vertrauensseliger, als du es je warst, und lässt sich viel eher von schriftlichen Versprechungen täuschen. Verstehst du, warum ich das nicht riskieren kann? Warum ich Max und alle anderen Bewerber hier um Harry werben lassen muss?« »Andere?« »Du kannst doch nicht einfach die Tore von Hogwarts öffnen und andere Bewerber einladen,« fauchte Snape. »Wie zum Teufel willst du also diese Bewerber bekommen? Die einzigen Männer mit dem richtigen Hintergrund hier in Hogwarts bist du und Worm, und wie du mir vor zwanzig Jahren sagtest, wäre es für den Schulleiter nicht angemessen, eine solche Bevorzugung eines Schülers an den Tag zu legen.« »Du stammst ebenfalls aus anständigen Verhältnissen, Severus?« erinnerte ihn Dumbledore und seine Augen funkelten, als er sah, wie sich Snapes Augen vor Entsetzen weiteten. »Das kann nicht dein Ernst sein. Potter und ich verabscheuen einander. Wir können kaum im selben Raum sein, ohne dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Zu erwarten, dass ich ihm den Hof mache, ihm meine Mentorenschaft anbiete, versuche, mit ihm ins Bett zu gehen.« Snape brach ab. Eine ungewohnte Röte breitete sich auf seinen Wangen aus. »Albis, hast du völlig den Verstand verloren!« Dumbledore dachte einen Moment darüber nach. »Nein, das glaube ich nicht.« »Zitronenbonbon, Severus!« Snape erhob sich aus seinem Stuhl und begann, auf und ab zu gehen. »Ich, Potter in die zaubere Gesellschaft einführen, ihm anbieten, ihm die Feinheiten des guten Bürgertums und der Moral beizubringen, Voldemort müsste Potter nicht töten. Er würde sich zu Tode lachen.« »Du unterschätzt dich, Severus. Ich glaube, du kannst Harry eine Menge beibringen.« »Einhundert und ein Flüche, die man gegen seine Freunde und Feinde einsetzen kann?« fragte Snape spöttisch. »Ich dachte eher an Integrität, Loyalität und Mut.« Snape hielt inne und warf Dumbledore einen ungläubigen Blick zu. »Du lässt mich wie einen verdammten Gryffindor klingen. Ich gebe nichts zu außer aufgeklärtem Eigeninteresse.« »Du kannst andere anlügen. Du kannst sogar dich selbst anlügen, mein Junge. Aber mich kannst du nicht anlügen,« sagte Dumbledore und hielt Snapes Blick fest. »Ist es nicht an der Zeit, dass du dir selbst vergibst?« Snapes Gesicht verfinsterte sich. »Vielleicht, wenn ich so alt bin wie du, Albus.« Ihm kam plötzlich ein Gedanke. »Du könntest mit ihm reden. Erklär ihm die Tradition. Aber erinnere ihn daran, dass er ihr nicht folgen muss. Oder rate ihm sogar davon ab, ihr zu folgen.« »Severus, er ist ein 17-jähriger Junge. Weißt du noch, wie es war, 17 zu sein?« Snape schloss die Augen und erinnerte sich nur zu gut daran, wie es war, eine brodelnde Masse von Hormonen zu sein, die jederzeit explodieren konnte. Er erinnerte sich auch daran, wie schmeichelhaft es sich anfühlte, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit eines älteren Mannes zu stehen, wie verlockend das Angebot war, sich von jemandem durch die Welt außerhalb dieser Mauern führen zu lassen. Und alles, was er tun musste, war ihm seinen Körper zu überlassen. »Sein Vater hat sich nicht an die Tradition gehalten«, sagte Snape und drängte die Erinnerung wieder zurück. »Sag das, Potter.« »Sein Vater war bereits in Lily Evans verliebt«, erinnerte ihn Dumbledore. »Er war an nichts oder niemandem anderen interessiert.« »Was, du?« Snape unterbrach seine Frage, da er sich plötzlich sicher war, dass er die Antwort nicht hören wollte. Er spürte eine sanfte Hand an seiner Schulter. »Seit ich Schulleiter geworden bin, war ich nur einmal versucht, ein Angebot zu machen«, sagte Dumbledore leise. »Und es war nicht James Potter«, Snape nickte und konnte wegen der Enge in seiner Kehle nichts sagen. Dumbledore drückte ihm noch einmal die Schulter und ging dann zurück zu seinem Schreibtisch. »Nun, wir können nichts an der Vergangenheit ändern, aber, was die Zukunft angeht, ist es nicht an der Zeit, dass du das Leben genießt.« Snape sah ihn misstrauisch an. »Wenn du auch nur andeutest, dass ich mir eine nette Hexe suchen und mich niederlassen soll.« »Nichts dergleichen«, versicherte ihm Dumbledore fröhlich. »Aber es würde dir sehr gut tun, für eine Weile aus dem Kerker herauszukommen. Misch dich unter junge Leute. Noch mehr Tee, Severus.« »Ich werde Harry Potter nicht den Hof machen«, sagte Snape warnend, als er sich wieder hinsetzte und zusah, wie Dumbledore seine Tasse nachfüllte. »Also kannst du aufhören, mich zu manipulieren, damit ich tue, was du willst.« »Schon wieder.« »Davon würde ich nicht im Traum träumen, mein Junge.« Dumbledore hielt einen Teller hin. »Skone!« Snape seufzte, als er sich eins nahm. An manchen Tagen fragte er sich, warum er sich überhaupt die Mühe machte. Ende Kapitel 2